Ablenkung, vor dem Match ein bisschen in den Flow kommen, immer für gute Stimmung ist immer Musik dabei. Beides. On fire. Wölfe von Contra K. Den habe ich mit einem meiner besten Freunde, mit dem Paul Gartler, der noch bei Rapids spielt damals, glaube ich, jeden Tag in der Früh gehört. Gleichzeitig waren wir verletzt und haben den jeden Tag in der Reha gehört. Kommt drauf an, wer DJ ist. Viel Oldschool, bisschen Hip-Hop, ab und zu was Deutsches, ganz unterschiedlich. Jetzt war es der Rasmus als DJ. Geht mich zurück in London von Stormsea und Ed Sheeran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.